Ebenfalls ein anderes Beispiel für diesen Altruismus ist die Schlacht von Al-Yarmouk. Die Schlacht von Al-Yarmouk in der Ikrima ibn Abi Jahl, Sahabi ist das Ikrima. Ikrima ibn Abi Jahl und Suhail ibn Amr und Harith ibn Hisham, all diese Personen und auch andere sind in dieser Schlacht Al-Yarmouk als Märtyrer gefallen. Und weißt du, wie das passiert ist? Die lagen auf dem Schlachtfeld und waren also noch am Leben. Die hatten noch das Restleben übrig. Und da kam jemand von ihnen, der sie tränken wollte, hat dem einen von ihnen das Wasser angeboten, hat gesagt, nein, er ist mein Bruder, der neben ihm ist. Der hat gesagt, er ist der, der neben ihm ist. Als er beim letzten angekommen war, der wollte auch die anderen vorziehen, wollte wieder zurückgehen, alle tot. Nach der Reihe waren alle schon verstorben. Unbezogen Jetzt